Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich schnappe mir jetzt meine beiden Großen und wir fahren zum Rossmann. Ich brauche so ein paar Dinge und es gab schon länger kein Rossmann Haul mehr, ein Live Haul. Deshalb nehme ich euch mit. Ganz viel Spaß beim Video. Hier gibt es ein neues, das sehe ich gerade. Duschgel gibt es auch hier für Männer. Was gibt es sonst noch? Nichts mehr in den Regalen? Geben Sie mir das Eben einmal. Hier gibt es auch eine neue Reihe. Von den Isana Shampoo und Haarmaske. Ich glaube hier ist sonst nichts Neues. Hier gibt es auch Adventskalender jetzt. Was ist das denn? Kosmetik. Ist ja süß. Möglich. Einfach ein Isana. Richtig schön. Da sieht man was drin ist. Okay, hier brauche ich eigentlich nichts. Was ist denn das? Hitzeschutz. Achso, ne. Das brauche ich nicht. Okay. So, ich brauche. So, ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. So, ich brauche. Oh, wie süß. Das ist ja voll schön. Und hier gibt es neue Masken, neuglich. Ich wollte mir nur ein Labello mitnehmen, meiner ist nämlich leer. Und ich glaube, die sehen jetzt gerade nicht. Ich wollte einen ausprobieren. Oh, da. Guck mal hier. Birds and Birds Beats. 4,45, aber das soll richtig gut sein. Und ich habe in der App Prozente drauf. Deswegen werde ich den hier mal testen. So, dann ist mein Micellenreinigungswasser leer gegangen. Gerade in der Werbung. Das kommt auch wieder mit. Und hier ist ein Aufmachtungskalender. Ja, hier ist ein Disney Princess. Kann man da sehen, was drin ist? Ne. Wow. Bad and Körper Edition. Der ist ja voll schön. Cool. Jetzt gibt es auch hier überall wie diese Geschenksets. Wie an jeden Weihnachten. Und auf Weihnachten rum. So. Ich brauche einmal Früchttücher. Da nehme ich die wieder mit. So. Duschgel. Haben wir noch alles für die Jungs? Das ist ja auch süß. Das ist ja auch süß. Gibt es auch so einen Waschschaum. Ich darf mal noch das Duschgel. Ja, bringe ich dir sofort vor. Ich mache bloß schnell drei Preisschilder. Und dann lege ich die weg. Jetzt zeige ich euch noch was richtig Süßes. Habe ich euch im DM schon gezeigt. Den Aufsteller hier. Der zeigt, wie niedlich ist der. Oh Gott. Ich bin ja voll der Disney Fan. Und hier geht es noch weiter. Die Limpantusch habe ich mir auch schon geholt. Voll die schöne Edition. Das ist hier. Das ist ja auch cool also. Pink is the new black. Okay. Cool. Was ist das? Keine Ahnung. TikToks da. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich habe noch meine Wimperntusche. Ich schaue immer gerne hier auch nochmal bei der Deko. Die haben hier so schöne Sachen. Diese Häuser finde ich auch so niedlich. Total schön. Raumerfrischer Nachfüllflasche. Dann brauche ich nur noch WC-Papier und Küchenrolle. Und ich brauche einmal Handtuschur, aber Größe S. Da nehme ich wie immer für die Jungs auch ein paar Regelchen mit. Und hier von denen mal und von denen hier was mit. Oh, die habe ich gerade gesehen. Die sind ja richtig süß aus. Squatchies. Voll niedlich. Aber die trinkt eigentlich die nicht mehr. Voll süß. Oh, das hört sich auch richtig lecker an. Das sieht lecker aus hier. Marlon ist übrigens dabei und Landox auch heute. Meine Verstärkung. Wenn wir hier ein bisschen hier einen neuen Mitarbeiter haben, weil Dodge wird mit E am Ende geschrieben. Man hat nicht mehr hingepasst wahrscheinlich. Doch, eh. Oh cool. Fast and Furious. Ja. Das sieht ja cool aus. Und das Lego. Aber du hast ja gesagt, du willst kein Lego mehr machen. Ja. Aber Fast and Furious schon, wa? Ja. Haha. Die sieht voll einfacher aus zu bauen. Mhm. Ist ja auch ab 8. Das geht ja noch. Du hast da schon weitaus schwierigere. Der hier ist drin, der hier. Ist der auch ab 8? Ja. Acht los. So, ich brauche da hinten noch eben einen Aufstrich. Und dann sind wir auch schon fast durch. So. Das hier brauchen wir noch. Mandelmus braun. Den nehme ich wieder mit. Der war richtig gut. Den hatte ich das letzte Mal schon. Und ich glaube den hier. Scharf. Tomat hört sich auch gut an. Aber ich nehme jetzt erstmal den hier mit. Und wir haben ja gerade die Erkältungszeit hinter uns. Erkältungszeit hinter uns. Erkältung hinter uns. Erkältung hinter uns würde ich sagen. Da sind alle Tees aufgebraucht. Da nehme ich mir wieder ein bisschen was mit. Ein paar Woche Handels. Und Kräuter. So. Unserer ist auch leer. Nachfüllpott. Deswegen nehmen wir den jetzt auch wieder mit. Hier gibt es sogar gebrannte Mandeln. Okay. Ich glaube wir haben alles was wir wollten. Dann gehen wir mal ab zur Kasse. Was ich auch noch für Maddy suche. Er hat ja diesen Paw Patrol Hund hier. Den hört da rauf und runter. Aber da gibt es auch noch andere. Ah hier. Da gibt es diesen Chase noch. Was? Ja die finde ich auch richtig schön. Solche Idee. Auf jeden Fall gibt es einige von Paw Patrol noch. Da will ich dann mal für Geburtstag und Weihnachten auch nachgucken. Die kommen ja auch noch mal ins Angebot. Ja die finde ich auch richtig cool. Ja den hat Maddy. Und den hat der jeden Abend. Oder hat der diesen einen Mann. Ne ne den hier. Und da gibt es auch noch andere. So ihr Lieben. Wir sind wieder zu Hause. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen wenn ihr uns ein kostenloses Like da lässt. Ein liebes Kommentar und ein Abonnement. Das auch ebenfalls kostenlos ist. Ich freue mich wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.